ja herr willkommen mein name ist an die europäer und ich begrüße euch zurück zuletzt platz bisher ja in der letzten folge haben wir ja ein paar schweine wollte schweinchen sagen stachel schweine erledigt wir haben das fleisch zu der wir haben das gleich nicht zum laden gemacht haben hat die jemals chroniken geschrieben in der welt okay wir haben das fleisch afa gegeben welcher es zum laden gemacht hat und die sagt ja die medizin bestellt allerdings ist ein bisschen schwer medizin aufzutreiben da wir von dämonen hier heimgesucht werden in der stadt sind und jetzt ist auch noch laffey weg gerannt und wir haben eine riesengroße panik hier am schieben und alles geht wahrscheinlich jetzt macht und dabei heute eine blutrote nacht ist oder so heißt er noch oder und ja dafür ist jetzt ja draußen hat noch fieber und wir schieben riesige panik habe ich doch schon gesagt gehört wenn man speichern ich will mal ganz speichern habe den kleinen jungen gehen hallo ist dann lieber auf also auch tag kann es passieren oder oder so die eine welt so laffi gesehen er ist alleine losgegangen obwohl er immer noch viel hat sie gerade erst angekommen haben wir nicht gesehen aber dafür ist ein junge und jungen tun so was eben jetzt bleibt der einer von uns wenigstens bei einer von uns ruhig aber was wenn ihm etwas zugestoßen ist nur die ruhe wenn er im dorf ist besteht keine gefahr also überlegst du am besten wo er sonst sein könnte einfach ruhig du bist doch seine große schwester natürlich jetzt war ich gerade gefällt dir ein like einer oder kommentare lassen ich habe schon gesagt um mir zu sagen dass ihr den kanal weiterhelfen wollt den kanal auch weiterhelfen werdet das wäre sehr super auch die motiv von euch gehört wo kann der kleine jungen sein war der gerade was ich hatte ich habe es war ich habe was ich komme ich auch schon fieber gerne aus dem wald wo die schweine sind die dich auffressen jetzt sage ich mich bei den bus machen ich gehe zum dorf wer wird über christi bälder also da wo er vorher waren weil ich kein geld bekommen von den schweinen oh mein gott oh mein gott ist mir dabei Ich habe einen Schulen, ein paar Stunden. Ich habe auch einen Schwenker, so ich habe mich angeschaut. Ich habe dann etwas schwierig, aber ich habe mich an, wenn ich noch in dem Teil der Erkappung oder in der Staten von der Erkappung habe. Ich habe mich an, wie ich so auswählen kann, die ich so auswählen kann. Aber ich habe das Zeit nicht so. Aber ich kann mich nicht so auswählen. Ich werde mich für ein Schwenker auswählen, wenn ich in der Schule komme, dann kann ich mich als Schwenker auswählen. Ich denke, dass ich mich für ein Schwenker auswählen kann, die ich an den Weg auswählen kann. dass ich nach der scharlachrote nacht gefragt hat scharlachrote nacht ist eine besondere rote mondfinsternis heute findet die erste scharlachrote nacht seit der dämmerung stadt wird es mir noch rein schon da wo meine schwester gestorben ist hallo frisst ein futter machen uns eine menge milch wir machen nicht damit wir käte machen können schmorzunge morgen rom genau so funktioniert das frisst du blödes wie ich friss noch ein alter busch ok da müssen wir nicht hin oder nehme ich an obwohl das geht es da nicht auch zum meer oder so ohne kann ich nicht das leben einfach nicht dasselbe ja da ist noch rot da liegt da was da liegt 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 was komponente es ist gruselig es gab hier immer kaninchen und jetzt sind sogar die vögel still das ist mir passiert die nachsehen wollte vielleicht sollten wir nach diesen leuten suchen 20 sollte das haben die luft freis werden sie bald wieder hier sein wenn ich ist sehr super auch die auch zur dämmer war der mond futter geworden können uns nur im dorf verschanzen und abwarten dann müssen wir suchen eine gruppe um die andere zu suchen wenn diese nicht zurückkehrt suchen wir schicken wir eine weitere gruppe die ich nach dieser gruppe so hoch wenn diese nicht auftaucht schon besucht mehr schicken wir eine weitere gruppe die nach dieser gruppe so man das voller zum menschen ich kann es die gleichen worte so oft untereinander sagen das ist für mich immer zum brüchern ich weiß nicht wieso wort 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 geht nicht geht bei mir nicht ich kann da nicht für mich ist alles zum brüchern wenn ich es mehrmals hintereinander sage diese exorzisten geräte ist nichts als unsinn wer da auch schon jemanden der behauptet er könnte dinge sehen die es gar nicht gibt zähl ist am mark ein welches herz haben aber uns macht man nicht so leicht was vor ich bin doch klar für die suche hey habt ihr jemanden gesucht äh nein egal ich hab's ich werde auch mit meinen suchen heute ich hab's ich ich weiß nicht vor ein paar minuten gesehen kann sagen welche richtung er gelaufen ist bin leider keine große hilfe ich will noch viel suchen gehen erst aber jetzt ein stiller jungen aber auch recht eigenständig nicht ja was meine sehr große hilfe dankeschön okay ist eigentlich alle im dorf hier nix außer alafi set oder afa welcher von dem jahr dafür sein wissen wir ja hat ein schwein komm her also ich kann nicht mehr das war da war so Oh, voll... Was machst du? Du bist so schuldig und nicht so schuldig und nicht so schuldig. Wenn du so schuldigst, dann bist du nicht nur für dich. Entschuldigung. Wenn du willst, dann sagst du es gut. Das ist... ich kann nicht auch nicht kaufen, dass du nicht so schuldigst. Aber... Nein! Das ist nicht so! Das ist nicht so! Genau. Ich habe mich vergessen. Ja. Das heißt, ich würde mich nur an den Misaqui und Tzumi-Tzumi-Tzumi-Tzumi-Tzumi-Tzumi-Tzumi-Tzumi. Ja, das gibt es auch, aber... Heute ist es besonders. Gehen wir zusammen? Ist das gut? Für mich, wenn du jetzt nicht wachst, wirst du in das Bett schubst. Ja. Dann, Misaqui, los! Los geht's! Ok, eine Erinnerung an Prinzessiers. Das war's. Ich bin der Kaffner. Ich bin der Arsar. Ich bin der Kaffner. Ich bin der Kaffner, der Kaffner, und der Kaffner, und der Kaffner, wird es so etwas tun. Aber ich bin der Kaffner, weil du nicht so vieles sind. Ich weiß nicht. Aber du bist auf dem Garten, der Prinzessier hat nur zwei. Ich habe nur zwei Tage gesucht, was das so vorgelegt. Als ich die Zeit habe, der der Wind rief und die Zerika ist so wie es zu sagen. Das stimmt. Ich dachte, dass diese Blut von meiner Frau eine Versuchung ist. Das war der Spritzen von der Prinzessin. Ehem.. Das ist ein Besonderes Wettbewerb. Ich bin schon mal ein ganzes Jahr. Ich denke. Ich fühle mich auch, Raffi. Ja, ich auch, meine Frau. Raffi, wenn du nach Hause gehst, wir machen einen Ringobuh. Ringobuh? Was ist das? Das ist ein Ringobuh. Als ich klein bin, wenn ich dann auf den Kopf schmerzen, dann wird es so schmerzen. Das ist das Lass. Das ist das Lass. Das Lass. Das Lass. Ringe ist wirklich so schön, aber warum ist es Linguobuh? Ich habe Linguobuh und meine Linguobuh. Ich habe Linguobuh und gesagt, Ringeobuh. Aber wenn ich Linguobuh ohne Ringeobuh sage, eigentlich woche wir es nicht in unserer truppe also nicht als ganz charakter oder so und da sind kämpfen wir nicht klar doch wer soll das familie nehmen mich noch weiter verschöner wird nur umso schlimmer wenn alles den bach untergeht ich weiß es doch das ist nicht warten sie will dann irgendwann rache eben hat sie gesagt wobei wird noch das afa ist okay dass gar keine erfahrungste was soll es kommen ja da kommt zu sehen richtig gut da kann sich frei bewegen da konnte man ja auch sehr lange er ist leichter gespielt ab okay noch mit den sehen wir warten aber wird schon irgendwann wird das so meine ich noch ein drittes und habe schon erledigt okay wenn man wird dann schon so in meinen alltag hier so übergehen dann werde ich das spiel meister sowie jetzt andere tats aufspiel danach kann ich nicht direkt in seite nur standard angreifen abhauen und wieder reifen sie irgendwie mit dem bein öfter kämpft anstatt mit dem schwert wo es belegt hat ja auch gemacht den tats of races wie mehr so weil sie nicht mit bein und seien noch nicht gezogenen schwert gekämpft und damit seinen dingen hier sein explosions arts sein schwert gezogen Ja. Der Meer ist auch... ... 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 Die Flühe haben. Ah, die Flühe haben. Ah, die Flühe. Oh, hallo. das ist das ist das das ist das das ja das wäre zuvor ein mensch gewesen naja ja da wird mich auseinander nehmen naja exorzisten können die nur was anderen stimmen noch kein mist verdammt doch gott ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe das Gefühl, dass meine Frau so schön ist. und dann sieht aus wie die blutrote nacht draußen sagt mir nicht damit auch hier die blutrote nacht hier sterben ja ich weiß vielleicht nicht suchen in diesem moment aber was als jetzt geht alles drunter und drüber da sind ein paar viele dämonen werbe auf gott das ist ja wieder darauf anlegen weil die lage war das kannst du immer noch versuchen wegzulaufen ja hat sich in den dingen und wir sind da um links und weg nicht da lang sie raus ich bin hause oder bauten der bauten hause kann ich nicht gehen alle sind zu dämonen geworden wo wald ich muss im rohwald der gott ich kann euch mal speichern oder ich kann nicht dahin wenn eine rennerin mädel rennen wir gehen der letzten kann bekommen durch oberste priorität ja nein ich kann man allerdings nicht ändern ok entweder sind die leute tot und zu dämonen nicht gut nein nicht gut ja wieder überrascht tun aber ich bin nicht überrascht noch mehr die schweine alle gegessen dahin wie soll man jetzt hier leben wo gott das leben jetzt irgendwie eine alternative wäre mit den viechern hier gerade rumlaufen aber trotzdem ich gehe weg ich möchte noch bis zum speicherpunkt schaffen da haben wir ein paar der bänden einen riesigen cliffhanger du folgst mir noch nicht bis zum speichern oder okay sind wir sicher ich sage werden wir in sicherheit sind werde ich hier einen schnitt machen mit diesen bildern hier das sieht doch mal krass aus dann sehen wir uns in der nächsten folge auf der test auf der serie ich bin habe mich alle herzlich für zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin